Hallo und Willkommen zu einem kleinen Special Video, denn wir haben die 30.000 Abonnenten. 30.000 Sepplinge, hab ich jetzt falsch von gehört. Oh Mann. Schön. Und passend zu diesem Meilenstein, noch mal vielen vielen Dank an euch alle für die ganze Treue. Und dass ihr immer so fleißig unter unsere Videos schreibt und auch bei den Streams dabei seid. Und unsere Videos schaut. Und als Dankeschön haben wir ein paar Sachen zu verlosen. Einmal hier in dem Video, einmal in meinem Minecraft-Stream und einmal in Kallis SSO-Stream. Das heißt, am Freitag 17 Uhr. Am Sonntag. Äh, am Freitag 19 Uhr. Am Sonntag 17 Uhr. Ganz genau, werden wir Spiele-Keys verlosen. Und zusätzlich zu den Spiele-Keys haben wir auch etwas noch, was wir hier unter dem Video verlosen werden. Die Verlosung wird, ähm, heute ist was für den Tag? Mittwoch. Heute ist Mittwoch, genau. Wird bis zum nächsten Weekly gehen. Genau. Bis Samstag. Wie ihr mitmachen könnt, einfach ein Kommentar unter das Video schreiben, unter dem Hashtag 30k. Also einfach Raute 30k. Und was will ich verlosen? Ist, ich habe keine Kosten und Mühe geschaut und habe eine Rocket Cone Military besorgt. Ich klappe sie mal auf, dann kann man die auch von innen... Die selbe Maus, die ich auch verwende, finde ich, ist meiner Meinung nach die derzeit beste Gaming-Maus. Aber nur, weil ich so gut damit zurechtkomme. Eine optische Maus mit 5000 dpi. Wir wollen jetzt hier keine Werbung machen. Genau. Ähm, und die finde ich richtig geil. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, besorge ich auch mal eine für euch. Wir wollen jetzt hier keine Werbung machen. Das ist die geil finde, kann ich ja sagen. Hier, ich habe auch meine. Ähm, ich glaube ich komme, ich weiß gar nicht. Das Kabel ist zu kurz. Nein! Okay, ich komme gerade mit meiner Maus da nicht gerade hin, die hier gerade steht. Aber wie gesagt, wenn ihr die Maus gewinnen wollt, werden wir die unter allen Hashtag 30k verlosen. Genau. Das heißt, fleißig drunter kommentieren. Natürlich bitte nur einmal, sonst macht es für uns sehr schwierig, das alles auseinander zu halten. Wir müssen eh alle Kommentare dann durchgucken, aber bitte einfach nur einen Kommentar drunter schreiben. Das macht es für uns alles etwas einfacher. So, dann. Ich habe jetzt gerade noch etwas beschlossen. Derjenige, der die Maus dann bekommt und zugeschickt bekommt. Wichtig ist natürlich, wenn ihr noch nicht volljährig seid, fragt eure Eltern, ob ihr das dürft, weil ihr uns ja eure Adresse angeben müsst. Und ich habe jetzt gerade beschlossen, dass wir noch eine Autogrammkarte da drauf packen. Wir können auch den Karton noch extra signieren. Wir signieren einfach alles. Wir signieren den Karton und packen eine Autogrammkarte mit bei. Genau. Dann nochmal vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Viel Glück dabei und wenn ihr auch noch mehr gewinnen wollt, schaut in die Streams. Die sind natürlich unter diesem Video verlinkt, unser Hitbox-Kanal. Genau. 1.19 Uhr, sonntags 14 Uhr. Ciao, ciao. Tschüss.